Dienstag bei RTL 2. Schnäppchenhäuser Spezial. Die Wohnung gekündigt, ein Haus gekauft, doch von Sanierung haben Leila und Stefan keine Ahnung. Es ist schon eine Bruchtbote. Die Zeit drängt und plötzlich steht das ganze Projekt auf der Kippe. Das mit dem A-Antrag macht mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Bauchweh. Schnäppchenhäuser Spezial. Dienstag 22.15 Uhr bei RTL 2.